So, willkommen zurück zu Workers and Resources Sowjet Republic. Wir sind immer noch hier bei unserer Bekleidungsindustrie. Hier drüben ist unsere Chemikalienindustrie. Ich wollte jetzt hier noch einen Wohnblock hinbauen und dann Schule und Kindergarten recht zeitnah an den Start bringen. Erstmal diese sehr hübschen Wohnblöcke hier. So, dann gehen wir erstmal wieder mit Fußwegen. So, so. Na. Daran. Verbindung. Pupupu. Machen wir so. Weiß gar nicht. Wollen wir hier nochmal irgendwie eine Verbindung hinmachen? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Na, egal. Ähm, so. Was war jetzt eine Schule aber angedacht? Und Kindergarten. Oh Gott, mein Geld geht schon wieder runter. Bildung. Das war ja glücklicherweise nicht ganz so teuer. Oder, wenn wir auf Dollar gehen, wäre im Kindergarten drin. So. Den leisten wir uns jetzt mal. So, dann springen wir erstmal auf Rubel. Dass wir hier nicht die Straße hinbekommen. Wo der Kindergarten dran kann. Der bekommt auch Strom, ja. Äh. Rubelt schon wieder alle. Mann. Gott. Fußweg. Es will einfach nicht passen. Ein kleiner Fußweg. Ähm, jetzt. Sollte es Geld reichen für eine Schule. Komm, bitte, bitte, bitte. Der Berg muss weg. So, das hat richtig Geld gekostet. Toll. Grundschule. Für 14.000 Euro. Brauche ich eine Straße da ran? So. Passt. Passt. Passt, passt, passt. Dann. Gucken wir mal. Brauche ich noch ein paar Fußwege hier? So. 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 Komm, komm, komm. Okay. Ich krieg's nicht anders hin. Nicht erlaubt. Oh. So. Komm, komm, hier machen wir die Straße aber auch direkt mal auf Kies. Bevor ich mit dem Fußwegen hier anfange. So. So. Da, 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 da. So. Jetzt muss doch mal langsam die Produktion hier richtig anlaufen. Zehn Arbeiter. Ich verstehe es nicht. Da, 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 da. Und. 89. Sie werden einfach keine Kultur. Leute, wir haben ein Kino. Was ist bei euch Kultur? Jetzt überlegen wir mal. Bäume und Zubehör. Ist da vielleicht Kultur? Roter Stern ist auch teuer. Lenin ist auch teuer. Wir machen mal den roten Stern als Denkmal hier hin. Und der passt natürlich nicht. Ist das ein bisschen kleiner? Ja. Zählt das jetzt als Kultur bei euch? 64. Müssen wir mal abwarten, ob sich das irgendwie positiv-negativ verändert. 70. Auf. Ach. Keine Sportart. Aber Moment. Da. Da hingegen können wir ja was. tun. Dann hier machen wir mal einen Tennisplatz. So. Wollen wir jetzt hier hinten noch so ein blödes Kino machen. 63. Keine Kulturen. Aber ein paar Fußwege können wir schon machen. Die Leute sind ja eh nur am meckern. So. Und hier noch. So. So. Also. Wenn das jetzt nicht unter Kultur fällt, dann weiß ich auch nicht. hier arbeiten leute aktuelle besucher elektrizität gibt es auch so was ist jetzt hier noch ein problem sportart wir haben doch hier ein aktuelle besucher ach da können nur vier drauf wie sie sind beim fußball ok da passen paar mehr drauf wir sollten wieder mehr sportplätze bauen das passt doch passt hier ist ein tennis club da werde ich mal auch nennen ähm sportplatz ach quatsch das ist fußball hier hier war tennis scheiße so meine güte ich bin aber auch übermüdet so fußball hier war tennis da ist jetzt noch mal fußball und tennis so 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 So, das anschließen. Und gehen wir hier leicht rein. Hier rüber. Machen wir so. Ein Gebäude brennt. Verdammt. Gut, schauen wir mal, wo brennt denn was. Zeigen. Ah, da ist schon die Feuerwehr. Ja, schon gelöscht. Okay. Ach, das war auch gerade hier. Bei unserem Chemie-Dingsbums da. Ist hier auch so eine Warteliste? Nein. So, hier. Sechs Besucher. Keine Mitarbeiter. Keine Sportart. Kindergarten. Ja. Taverne. Eine Taverne könnten wir noch mal hier unten noch machen. Weil Quatsch, eine Kneipe. Se, alles. All is gleich. Na. Hops. Ping gemacht. Ähm. Tschuck. Fußwege. So. So. Machen wir hier noch ein Block hin. Ich glaube, ja. Da brennt schon wieder ein Gebäude. Verdammt. Wo ist das diesmal? Das Feuerwehr wurde gerufen. Fährt zum Feuer. Da ist unser Feuerwehrauto. Und ich hoffe. Jawohl. Das wird ja gelöscht wie die Feuerwehr. So. Dumm. Jetzt muss ich wieder. Korasna. Genau. Korasna. Jetzt kommt langsam wieder Geld in die Kassen. Es gibt zwar keine Kirsche mehr bei uns. Ah. Irgendwie. Können wir die Leute. Beruhigen. Das wir hier echt keine Verbindung rüberkriegen, ist mies. Jetzt arbeiten 20 Leute hier. 18 da. 9. 14. 20. Wird ja eigentlich doch schon ein bisschen besser. Shopping Center haben wir Sportanlagen auch. Gut. Dann. Schule. Schule und Kindergarten. Da war die Schule. Das heißt, ich mache hier hinten nicht Schule hin. Nein. Nicht das. Bildung. Schule. So. 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 Zack. Ähm. Fußweg Und jetzt aber einen Kindergarten Das war hier drüben Ja Gut, ich glaube da kann ich hier auch noch einen hin machen Bildung Fußwege So Jetzt hoffe ich mal, dass Das so passt Kirsche wäre kein Problem, Kindergarten Ja Das Das wird Schule Ich glaube das müsste reichen Kirsche, Sportart Ja Kommt 30.000 Bevölkerung Also Ich würde sagen Das läuft jetzt optimal Kann jetzt Ein bisschen Geld reinkommen Unsere Kleiderproduktion Läuft Läuft an Gucken wir mal Diesen Monat haben wir 44.000 gemacht Und das ist 5. März Okay Ich schau mal lieber Letzten Monat 88 Dieses Jahr Okay Letzten Monat Chemikalien 78.000 Kleidung 233 Öl Bitumen Seht nicht mehr So viel Hier gibt es Irgendwie immer Probleme Zurzeit Dieses Jahr Haben wir Mit Kleidung Über Eine halbe Million gemacht Letztes Jahr Diesen Monat Okay Das sieht Eigentlich Ganz Vernünftig Aus Gefühlt Würde ich Sagen Jetzt Läuft Es Besser Es Sind Mehr Drinnen Aber Y17 Ist Jetzt Nicht Grad Viel Wie Sieht Es Hier Aus 20 20 20 26 26 13 Na Das Achso Ähm Die Folge ist mal wieder zu Ende Tschüss Ciao Bye Bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal